Dachdecker Thoma – Bauklempnereien und Bedachungen in Gießen Egal ob Neubau oder Sanierung, wir halten für Ihr Vorhaben langlebige und zeitgemäße Lösungen parat. Wir bieten Ihnen Dachdeckerarbeiten aller Art, von Neueindeckungen bis hin zu Dachreparaturen. Sämtliche Dacharbeiten führen wir gemäß höchster Qualitätsstandards aus, dank unserem geschulten Personal. Gerne beraten Sie unsere Dachdecker im ausführlichen Gespräch über Ihre Möglichkeiten. Wir freuen uns, bald von Ihnen zu hören.